Zehn habe ich noch keine gemacht, aber ich meine, ich bin Stürmer, ich will immer Tore schießen. Wir haben jetzt noch ein paar Spiele und ich werde auch dafür versuchen, meine Leistung zu bringen. Momentan habe ich einen kleinen Lauf, den will ich beibehalten. Aber ich denke, im Vordergrund sollte die Mannschaftsleistung stehen und wenn die passt, wird auch bei mir das alles wieder passen. Das habe ich auch immer gesagt, wir haben eine riesen Qualität in der Mannschaft. Ich denke, jeder kann ersetzt werden und die Jungs, die reinkommen, haben es sehr gut gemacht. Die Jungs, die es da vorgespielt haben, haben auch die Punkte geholt und gut, für mich speziell war jetzt gerade der Ufug, weil er neu dabei war, wie der hat lange nicht gespielt, mit dem habe ich viel geredet. Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir eine riesen Qualität in der Mannschaft, dass da jeder ersetzt werden kann. Ja, sicher ist es ärgerlich auch für die Fans und wenn du acht Spiele die Leistung nicht bringst, wie du es vorgemacht hast. Aber ich denke, wir sollten uns darauf gar nicht konzentrieren. Wir sollten einfach versuchen, jedes Spiel unsere Leistung zu bringen, dass die Fans auch zufrieden sind und am Ende muss es passen zwischen Fans und Mannschaft.